ok freunde meine baureihe 86 mit dem personenwagen set hier verkaufe ich euch für 129 euro inklusive deutschlandweiten dhl versicherten versand also bei interesse ihr habt gesehen läuft gut das haken ruckeln liegt hier am layout läuft einmal frei das modell ist sauber nicht verharzt immer frisch gewartet hier sieht man schön wie schön die wagons rollen ihr seht es lupenreihen sauber und ok schreibt mir eine nachricht bei ebay kleinanzeigen drinnen bis denne so Untertitelung des ZDF, 2020